Jägernext von Henel. Das ist ein Angebot für preiswerte, preisbewusste Jäger und Jungjäger, die eben die Helix sich noch nicht leisten können oder nicht leisten wollen. Das ist die Henel Jägernext heißt sie. Ein ganz neues Modell aus Ruhl und das für einen Preis von 2.000 Euro. Und da kriegt ihr eine ganze Menge für. Ich sage ja auch, wie die Jungs dort sparen. Es gibt da nicht super viele Ausführungen. Es gibt aber das was man haben muss und braucht. Zum einen eine vernünftige Repetierbüchse und zwar ein geradezu Repetierer. Das zeige ich euch gleich nochmal. Jetzt in den Kalibern 3.08 und 3.06. Damit kann man auch arbeiten. Später kommt noch 8x7.50 dazu bis 300 Windmark. Wir haben 52 Zentimeter Lauf. Vorne wird die P-Side System, sprich eine abnehmbare offene Visierung. Wir haben ein Mündungsgewinne schon mit dran. Wir haben abnehmbare Riebenhügel und wir haben einen wunderschönen Schickholz. Und dadurch, dass es eben nicht so viele Ausführungen gibt, kann man da auch einen Preis natürlich sparen. Lagerhaltung ist immer so ein Thema. Es ist eine tolle Waffe, die gut in der Hand riecht. Und ich zeige euch das mal so rum. Ich muss mal aufpassen, was ich hier in Richtung der Menschen natürlich halte. Ich schlage mal einmal ab, um zu gucken, dass da nichts drin ist. Alles sauber. Nach vorne. Ich spanne, indem ich den Verschluss hebe. Nach vorne schiebe. Abziehen. Und dann kann ich repetieren, wieder ganz nach vorne drücken und der nächste Schuss. Sicher machen und hier nochmal den Verschlusshebel quasi arretieren, damit er zum Beispiel bei der Pirsch am Ast nicht aufgeht. Mehr braucht es eigentlich nicht bei der Jagd. Und wer mehr Geld ausgeben will, geht zum Merke Helix. Aber für den Jungjäger, der Freiflung ist ein Jäger. Ist doch schon ein alter Gass. Also schaut es euch an. Bei Helix. Das heißt, es ist gut.